Endlich ist der Waggon weg, doch nun gibt es traurige Gewissheit in Burgrhein bei Garmisch-Partenkirchen. Unter den Trümmern des entgleisten Zuges mussten Retter ein weiteres Todesopfer bergen. Nach Bildinformationen soll es sich dabei um einen Schüler handeln, der vermisst wurde. Zwei Versuche, die Waggons anzuheben, scheiterten, ihr Gewicht war zu hoch. Erst Samstagmittag gelang es den Rettern doch, den Zugwagen mit speziellen Kranen anzuheben. Bei dem Unglück in Bayern gab es zudem mehr als 40 Verletzte, drei davon schwer. Immer noch werden Menschen vermisst, allerdings konnten auch noch nicht alle Verletzten identifiziert werden, heißt es. Das Unglück geschah am letzten Schultag vor den Ferien gegen 12.15 Uhr. Der Regionalzug sei gegen Mittag Richtung München unterwegs gewesen. Dramatisch, es ist sehr wahrscheinlich, dass zum Ferienbeginn auch viele Schüler in der Bahn waren. Nach offiziellen Angaben waren etwa 140 Passagiere in dem Regionalzug, 650 Retter seien vor Ort gewesen. Noch steht nicht fest, was zur Katastrophe auf der eingleisigen Strecke führte. Berkat-Gerchen Berkat-Gerchen Vielen Dank.